hallo liebe mitglieder oder auch nicht egal ob ihr die videos weiterleitet oder auch nicht wir wollten euch heute mal eine dumpfmaschine vorstellen ein riesen ding kann ich euch sagen wie es genau funktioniert kann ich euch noch nicht sagen wir schauen mal eben zur anderen seite ja das zum beispiel ein schild betreten verboten lebensgar war wahrscheinlich wegen den heißen dampf der jetzt gerade nicht zu sehen ich schau her da hat ein riesen teil von dampfmaschinen hätte ich jetzt auch nicht gedacht dass so was hier so frei herum steht aber klar die brauchen natürlich platz es sind auch eine menge besucher hier wahrscheinlich so neugierig wie protoko tv bisschen grün hier ist abgesperrt apropos abgesperrt das könnte was katalogisches sein eine katalogische dampfmaschine weil hier abgesperrt ist und da steht ja betreten verboten lebensgefahr ist ja auch abgesperrt und normalerweise katalogisch ja nicht unbedingt abgesperrt aber ich weiß auch nicht wieso wahrscheinlich wie schon gesagt wegen dem heißen dampf der da jetzt war gerade nicht aber sonst wohl herauskommt naja protoko tv klärt natürlich wieder auf dann müssen sie wieder ein bisschen rücksicht nehmen naja ihr lieben bis dann das war's mit dieser aufklärung